So Leute, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ab in die Hölle. Ja, schon wieder. Schon wieder, ja. Let's go! Ich hab keinen Schild mitgenommen. Ich hatte noch nie ein Schild. Wie schon? Egal, brauchst du nicht. Ah, jetzt brauch ich deine Weisung nicht. Oh Gott, da kommt mir so ein Shit-Arschloch entgegen. Ups. Wow. Ich hab halt nur 10 Millionen zu essen dabei. Ach, ich hab 32 Brot. Ich schnau mir dann bei dir. Wie schau ich aus wie die Auskunft? Tafel, Digga. Tafel, Digga. Tafel, Digga. Haben wir uns hier nicht fast die Gas gekillt? Ja. Der war dieser epische Sprung von dir. Oh, knapp. Wuhu! Knapp. Ich weiß genau, wo du gerade warst. Was ist denn so was passiert, wenn man einfach nur mal gemütlich losfahren gehen will? Auf einmal fängt man einen hinterdimensionalen Krieg an. Oh Gott, nicht mehr auf so den Fall. Einer des Wortes. Der hat jetzt noch gefehlt. Der hat jetzt noch gefehlt. Aber wir müssen ja in die Festung rein. Ich glaube es ist nicht gesund, dass dein Herz auf einmal von, keine Ahnung, Puls 70 auf 200 schießt. Glaubst du? Ach, damit. Oh Gott. Oh, lecker aus mir aus Baffervor. Oh no! Die Explosiven Wichser sind da. Die sind mir am Arsch vorbei. Der Schwein macht mir mehr Angst. Warum haben wir den Weg nicht fallen genommen? Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe vergessen, dass er existierte. Lass sie in Ruhe! Aber sie ist geschlagen! Warte, wir müssen hier lang. Stammel? Wir müssen taktisch vorgehen jetzt. Ja, rein, Sachen rein und wieder raus. Aber es besteht die Möglichkeit, dass keine Türen da sind. Dann sind wir tot. Dann sind wir nicht tot. Deswegen sag ich, wir müssen taktisch vorgehen. Das fähre ich nie zu. Wenig. Oh, jetzt habe ich auch einen Stammel. Ich brauche mehr Blöcke, Warte. Wir müssen Schutz machen, oder die? Unter die wir uns fliehen können, wenn sie kommen. Ey, ich habe genug Blöcke. Vielleicht secure. Vielleicht ist ein safe. Okay, so. Der Eisenhelm ist besser als mein jetziger. Was machst du denn? Du bist von allen guten Geister verlassen. Warum sind wir da nicht mehr gespawnt? Du fragst nicht, mach einfach. Okay. Okay, warte. Jetzt, warte. Wir dürfen jetzt nicht mehr leichtsinnig werden. Warte. Lass mich mal ganz kurz aussortieren. Warte. Dann schreib mir den eigentlich die ganze Zeit. Was soll das denn? Ach, das sind die Wetterbinden auch richtig. Okay, gut. Cool. Lass mich mal kurz aussortieren. Warte. Warte. Nicht den hellen machen. Okay. Steinspurzucker kommen weg. Netherbricks kommen weg. Okay. Ich höre sie doch schon. Das ist nichts. Alles? Ah! Ich bin reingelaufen. Das ist ne Kiste. Oh, die haste. Oh, da ist ein Block übrig geblieben. Ich hasse diesen Sound hier. Hä? Was ist das? Noch und noch. Ich glaube, dass es hier ähm... Ich glaube, dass das schon secure ist. Sicher? Jetzt schon. Ja. Ja. Ich bin von mir gekommen. Ja. Okay. Gut. Okay. Ach, helfen wir einfach beide. Alter. Da sind Leute. Da sind Duden. Ne. Der andere Tür hat niemanden. Mach ihn mal auf. So, zum Weg. Sehr schön. Tümerk. Oh Gott. Hier war nichts. Hier war nichts. Hier war nichts. Jetzt gehen wir langsam die Blöcke aus. Warte mal. Bis die Alten mitnehmen. Hier war der Spawner. Hier nochmal. Da waren wir auch schon. Ja. 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 Hier auch. Hier auch. Wir müssen einfach nur die Türen. Ne. Da würde ich noch nicht hin. Okay. Gehen wir dran. Da ist nichts. Da ist den Weg nach oben. Okay. Den Weg nach oben lassen wir nochmal zu. Ja. Ja. Achso. Da waren wir auch schon. Da waren wir schon. Ja. 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 Mein Backpack ist halt auch voll. Und deswegen müssen wir ein bisschen Teamwork machen. Ja. Wo gehst du? Ja. 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 Und irgendwie hast du hier die Wolken geoffert. Ja. bewegt sich nicht dass ich komme raus raus was ist das das schießt doch so ein oben das ist eine falle oder so die macht gut warte nein ich wollte reinschießen ich hab die jetzt entschärft das ist egal hinter uns ist noch mal einer von denen doch da ist es da rauskommt ich habe das ding nicht so gefallen doch es ist ja so ein zwischenraum von dem ganzen scheiß ja es ist ein treppenraum ok dann komme ich mal zu dir jetzt ist schon wieder weiter mit den türen was sind das ja was sind das für dinge hier ja ich wollte noch ein block freilassen ok jetzt wissen wir aber dass die stadt schon gefährlich sind ich hatte die falschen blöcke ausgebild also noch mal welche von denen ja lassen wir mal schauen die können wir brauchen das wäre gutes abwehrsystem für uns zuhause ok warte stop 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 nein dass die die mal starten und gullig ich wollte nur schauen ob man die breken kann ok meine seite ist secure oh die sind nicht so ok aber wir können die nicht triggern wenn wir ähm erstmal die ganze von hier weg machen ok wir waren das so ich lauf rein du brauchst zu ja wie wie ich lauf rein triggert die lauf raus und du brauchst zu ja die sind gar nicht so schnell das lief schon mal ganz gut ich glaube hier ist es leichter ja die ignoriert den alle einfach so ah du warst ja auch da ok schauen wir uns die tür mal als erstes vor das hole ich mir hier wieder mehr netherride jetzt hier unten noch gewesen wäre wo ich durch mich gestorben wäre ok hier haben wir wieder eine treppe nach oben nein nein wir schon ähm ja gut dann sind das hier die größere tür ist glaube ich da wo es weiter oh warte mal aber das sind wir sie starten vorsicht ab war das so und wieder unsere altbekannte taktik das ist man nur an die eine ja eine noch die mal man hat nur die eine getriggert einem noch den anderen wo ist sie zu ich dachte du bist auch die zugebaut jetzt vor einem ok don't blame me ok da ist noch einer ja die bekommen wir ja easy snack wollen wir da runter schauen mal kurz das sieht nicht so aus es wäre da was das Tor vor uns hm Da ist irgendein Block unten, irgendein besonderer, da mitte. Ich hab Angst, das ist hier ne Nether Keeper, Alter. Can't break. Okay, dann lass sie mal lieber. Das sind aber lauter Türen. Ja, lass sie mal lieber. Oder schauen wir, ob sie hier... Hier ist wieder so ein Raum. Heißt, das ist, wo wir hin müssen nach unten. Äh, willst du nicht zubauen? Warte, ich triggere dir. Hä, warum läufst du weg? Oh mein Gott. Aber hier haben wir wieder nichts, I guess. Aber lass mal schauen. Ist wieder so ein Viere-Ding. Ja. Sollen wir dann unten erst mal nichts besonderes haben? Da sind überall einfach nur... Ich hab'n stampelt. Ich hab'n stampelt. Ich hab'n stampelt. Nee, jetzt passiert nichts. Ja, sollen wir hier unten in dem Raum mal die Türen anschauen? Ich glaube nämlich, hier mit runtergehen, spawnt der. So. Nether Keeper, Alter. Ach so. Ach so, du meinst, dass es unser Tod sein könnte? Weiß es nicht. Wollen wir es riskieren? Warte, ich mach' erstmal... Wir sind so weggekommen. Ups. Ah, hier hab'n wir rausgekommen sonst. Dann können wir rauslaufen. Wait. Irgendwas muss unter den Türen sein, denn... Ach, warte, ich mach' einfach auf. Oh, Lutz! Okay, dann ist das hier wirklich ein, äh... Ausfall. Was ist das? Was passiert nicht? Ich hab'n Angst, nimm'n geht's. Soll ich den Lohndinge mitnehmen? Oh, shit! Ähm, ich kann nicht schlagen. Was war das? Du bist zu lange in diesen Dingern gestanden, glaub' ich. Oh mein Gott, im Himmel. Ist du da? Ja. Überlebst aber, oder? Ja. Okay. Was? Hä? Ich kann dich nicht befreien. Ich schlage immer dich mit. Ich weiß nicht, irgendwas ist hier ganz komisch. Ich verpiss mich hier. Ich verpiss mich hier. Ich verpiss mich hier. Ich verpiss mich hier. Ich weiß nicht, was mich hier töten will. Oh, ich werde sterben. Ich muss nicht sterben. Was war denn da? Ich bin... Hä? Wie sah das denn von außen aus? Was war das? Ja, so ein Kokon... Ja, so einer. Wie die kleine Sau ist auf mir gespawnt. Ja... Puh. Wollen wir nach Hause? Äh, hört sich gut an. In dem Scheiß bin ich eigentlich hier. Äh, ja. So. Wo geht die Treppe da unten? Treppe Schmeppe. Da. War ein cooler Dungeon. Ja. Cooler Dungeon. Zwei neue Todespunkte. Perfekt. So, in welche Richtung... In welche Richtung ist die Scheißportal? Ja. Da? Ja. Oh. Na, ich bin tot. Wie, was? Ich bin durch ein Loch gefallen. Nein. Doch. Aaaaaaaaaaaaaaaah. Ja, gut... Bleib mal kurz da wo du bist. Wir sagten die Vorstellende Folge... Haha, da unten liegt er. Slag und outa, wenn der auch gestoppte. Schaupulas online jetzt kommt vorbei. Schaup trader relativ vorbei. ребенbbeaja, morgens kommt Züge weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüß! Tschüß!